herzlich willkommen hier in meinem video okay ich schmeiß die hälfte schon um und machst du wieder kaputt ja leute wie ihr seht hier habe ich ein ja ich muss erst mal in die kamera kommen ja hier bin ich leute ja ihr seht mich herzlich willkommen hier in meinem video ich will euch paar sachen vorstellen komm mal her ja einmal habe ich hier danke an meine eltern ein lüftungs für den sommer wenn es zu heiß werden sollte bekommen den stelle ich mir natürlich dahinten in die ecke ja leute ich hoffe ihr versteht mich hier gut auch wenn das mit dem ton nicht so passend ist aber ich nehme das halt heute mal ein bisschen anders auf über obs hier einfach ganz nebenbei ja leute weil ich wollte euch ja habe ich in der woche ja wieder zwei pakete ja ich glaube mal in die richtung pc was falsch ist zwei pakete bekommen ja ihr seht richtig groß und lang das untere ja gut das ist nur eine tastatur und maus für mein kind weil die hat schon ein pc und hier ist eigentlich das wichtige paket ich muss mal gucken wo ich jetzt hingehe ich kann hier kann ich hingehen naja gut da seht ihr nicht so ganz gut ich muss mal gucken dass ich die kamera noch ein bisschen irgendwie mal nach vorne kriege ja kriege ich hin super klasse dann könnt ihr auch mit zu gucken was ich hier bekommen habe leute ja ich hab mich mal hin aber ich hoffe die leiste ist nicht kaputt gegangen ein led leiste ist heile ja ich habe ein sofa led leisten das stimmt ja und das paket geht es leute da habe ich schon lange darauf gewartet ja es kommt aus ja sagen wir mal so aus ja china aber mehr will ich da nicht zu genau sagen ich will jetzt erstmal mir ein messer leute und auch wenn ich jetzt aus dem video raus bin ja was ist das denn hier wird noch ein dreckiges messer da tun wir mal ganz schnell da raus und lassen das noch mal waschen ja muss ich mal per hand waschen besser ist so da machen wir mal dieses paket auf also leute ich bin gespannt gerade wie ein flitzebogen bei diesem paket ich weiß ja was drin ist ich bin aber so was von neugierig und dann geht noch mal raus an stefan und john danke für den tipp dass ich am besten nur die holen sollen weil die so gut sein soll ich hoffe es wirklich dass es so gut ist und irgendwie freue ich mich auch drauf und noch was an stefan das das mache ich gerne für euch was diese eine nachricht da anging die wir eben geschrieben haben aber es kommt nicht mehr diesen monat sondern wahrscheinlich erst nächsten ja leute da kommt es raus ich bin gesch- ich wusste gar nicht dass dieses ding auch eine seriennummer hat ja gut den zettel muss da nicht wissen das reicht wenn ich das weiß ja das e mail ist weg die sternchen und telefonnummer steht aber drauf von mir okay die müsste jetzt nicht wissen die wollte ich jetzt nicht veröffentlichen im internet so leute und jetzt kommt der moment flopp draußen ist es ja leute und was ist es denn schaut mal grüße gehen raus an die firma die mir das geschickt hat ja und dann geht raus an mein portemonnaie ist leerer ja leute das habe ich mir gegönnt und ich freue mich da so was drauf das werden unsere drohnen aufnahmen die werde ich alle gucken dass ich die online stelle was ich quer durch deutschland so unterwegs mache wo ich so bin was da für eine gegend ist was für eine geile natur da ist was man so sehen kann vielleicht ist auch irgendeine sehenswürdigkeit da plötzlich mit drin ja leute das werde ich machen und das ist das eine was ich euch zeigen wollte gut auspacken das werde ich dann ähm außerhalb des videos machen ich weiß ihr seid da neugierig drauf und weil ihr jetzt gerade so am trommeln seid leute ja okay ich packe es in der aufnahme aus ihr habt mich gerade alle überredet ist ja gut ist ja gut ja warte ich setze die kamera anders ich setze mal die kamera hoch und ja ich packe es jetzt aus und gucke dass ich die kamera ein bisschen nach unten richte dass er das auspacken mitkriegt ja gut ihr seht mein gesicht jetzt nicht so ganz aber ist egal ihr wollt ja das ding euch angucken und das machen wir auch jetzt so so und da wechseln wir einfach mal das mikrofon das ist das schöne wenn man zwei hat und beide laufen auf der gleichen leitung so auspacken mal anders aber leute ich bin sowas von ey ich bin sowas von ob da mein handy überhaupt reinpasst mit dem panzerschutz ich glaube eher weniger da muss ich mein handy glaube ich vom panzerschutz nehmen ich glaube auch alter leute die ist so leicht hat mal einer eine anleitung für mich die ich durchlesen muss wie das aufgeht ach spaß am rande spaß am rande ich hoffe das geht auch mit meinem phone ach open ja man sollte auch lesen ach wir haben's schaut da wir haben's man ist das geil leute alter also ich find's ich find's irgendwie nice sie hat wirklich nicht viel gewicht leute ehrlich also viel gewicht hat sie wirklich nicht muss ich schon sagen ja äh ja ich muss die erstmal aufladen ich glaub nicht dass die jetzt groß geladen ist so einmal zweimal achso da sind auch noch welche ja wir lesen ist es klar im vorteil und jetzt ist sie auseinander geklappt Leute äh da ist die Kamera ja wir lesen ist es klar im vorteil also leute es geht rund das soll funktionieren wow ok erstmal zur seite stellen und weiter auspacken ja das ist die Fernbedienung die Steuerung sieht auch nice aus mit den Joysticks sieht auch nice aus aha ah ja kann das mal bitte auf deutsch sein ich verstehe hier kein wort ah ja eine Anleitung gibt es auch aber ich hätte es gerne bitte auf deutsch man gibt es einen der das mal übersetzen kann auf deutsch bitte ich kann kein Chinesisch achso und Englisch kann ich ja auch nicht bitte wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner ja mach ich Quick Start Guide hört sich ja schon mal gut an wie soll das Handy da rein dann machen wir das so so äh Schutzmaske abmachen also es geht auch mit dem Samsung mit dem Samsung geht es auch ich hoffe ihr hört mich gut ja mit dem Samsung das passt auch rein jetzt wollen wir mal gucken ob wir das Ding dann hinkriegen wir sehen uns später wieder ich probiere das hier mal aus und ähm schneide die ganzen Videos dann ineinander ja das wird auch eine Arbeit ich wünsche euch viel Spaß schönen Tag noch bis später im Livestream bis später bis später bis später ja Leute hier bin ich wieder im Video nach der Drohne habt ihr ja gesehen aber die Drohne da ist kein Ton nix da gibt es nichts auch wenn ich da rede das gibt es da nicht also den Ton müsste ich dann selber dazu packen aber das mache ich nicht da kommt dann Musik dazu diesmal noch nicht diesmal noch ohne das war einmal ein Schnellzusammenschnitt wenn euch dieses Video gefallen hat wenn euch dieses Video gefallen hat lasst ein Like da da ist die Kamera da ist ein Like da und wenn ähm ihr mich noch nicht abonniert habt aktiviert bitte die Glocke würde ich mich mega drauf freuen und dann wollen wir mal hoffen dass ich jetzt diese Videos zusammengeschnitten kriege drückt mir die Daumen Dankeschön bis dann zum nächsten entweder Livestream oder Video ihr